Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe mir mal die letzten Tage mal was ganz anderes ausgedacht und zwar wurde ich dadurch inspiriert von einem YouTuber, der immer ins Darknet gegangen ist und sich für junge, also für minderjährige Mädchen und Jungen ausgegeben hat und in die Chats gegangen ist und wollte gucken, wie sprechen Erwachsene darauf an, was für Nachrichten kommen da. Aber das war ja teilweise wirklich extrem erschreckend und wie sehr viele Leute das anscheinend sehr, sehr toll finden, dass 13, 14-Jährige Mädchen und Jungen sich in Chats aufhalten und das ist ein Thema, das möchte ich hier jetzt gar nicht behandeln. Es war einfach echt absolut grauenhaft, sagen wir es mal dazu, obwohl ich das weiß und ich weiß, dass die Welt hat Abgründe. Das wäre ein anderes Thema wert, aber heute geht es einfach darum, es wird insbesondere auf diesen Männeraufklärerkanälen wird immer wieder gesagt, Frauen haben es so einfach, wenn Frauen sich in irgendwelchen Chatrooms aufhalten oder auf irgendwelchen Seiten, dann haben sie es ganz leicht und werden ständig bombardiert von irgendwelchen Männern. Man braucht nur in seinen Status Single schreiben und schon wird man zu bombardiert und ich habe mir gedacht, wisst ihr was, ich mache das jetzt mal. Ich melde mich mal bei so einer Plattform an, die eigentlich gar keine eigentliche Flirt-Plattform ist. Also ich habe mich davor ein bisschen informiert, weil ich wollte nicht unbedingt auf eine Flirt-Seite oder so, weil das wäre ja unfair, wenn man jetzt ein Experiment macht und da sind Leute wirklich am Suchen und man schreibt da jetzt mit jemandem, ja, ihr wisst, was ich meine. Also das wäre so ein bisschen unfair. Aber ich habe da hier eine Seite gefunden. Ich habe gestern zusammen mit meinem Freund hier gesessen und wir haben uns das so ein bisschen überlegt, so, wie wollen wir das gestalten und dies und das und dann bin ich auf diese Seite spin.de gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Hintergrund, also ich nehme mir das jetzt gerade auf, ob ich da ein Blur drüber machen muss. Also wegen, da sind ja die Usernamen und sowas sichtbar und ja, alles Mögliche oder wegen meinem Profilbild oder so. Ich bin noch am überlegen, wie ich das mache. Also das weiß ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so genau. Ich muss auch mal gucken, wie ich das in meinem Videoprogramm letztendlich mache. Und ich möchte das hier mal so demonstrieren, wie das so läuft als Frau in so einer Community, sagen wir es mal so. Und ja, ich habe mich einfach mal ein paar Jahre jünger gemacht, weil wie gesagt, bei vielen Leuten ist ja, wenn man 30 ist, schon das Verfallsdatum angeblich erreicht. Und ich will Experimente machen und gucken, ob es Unterschiede gibt, wenn man jetzt sein eigentliches Datum, also Mitte 30, angebt oder wenn man sich zehn Jahre jünger rechnet, ob es da Unterschiede gibt und welche Unterschiede es gibt, ob mit Profilbild oder ohne Profilbild und was man da so Nachrichten für bekommt, um es mal einfach so zu zeigen, insbesondere an die Herrschaften, die das immer noch nicht glauben, wie es eigentlich ist im wahren Leben. So, ich weiß jetzt noch gar nichts. Also, ich habe mich gestern hier registriert und ich bin nicht mehr online gewesen. Ich hatte, als ich, ich habe gesehen, ich habe mich kaum registriert. Ich habe Single reingeschrieben. Ich hatte noch kein Profilbild drin. Ich hatte nur die Daten drin über, über Alter und Ort und ja, dass ich Single bin. Mehr habe ich da nicht reingeschrieben. Und ich hatte gestern schon vier Nachrichten erhalten. Ich war kaum, ich hatte das Profil zwei Minuten fertig. Ich habe in diese Nachrichten noch nicht reingeguckt. Ich habe gedacht, ich warte bis morgen. Und in der Zeit machst du mal ein Profilfoto rein. Ich habe eins genommen vom letzten Jahr. Also, dass die Leute wirklich teilweise immer noch glauben, ich bin 21, ehrt mich. Ich habe ja gesagt, ich werde immer für zehn Jahre jünger geschätzt, als ich tatsächlich bin. Aber ja, das musste von einem Administrator freigeschaltet werden, weil ich wollte jetzt auch nicht einfach von irgendjemandem, von einem jungen Mädchen, aus dem Internet irgendwie ein Bild klauen. Und das, ja, das Benutzen, das macht man nicht. Ich glaube, das ist sogar auch strafbar. Deswegen habe ich ein eigenes Foto von mir genommen. Eins vom, ja, wie gesagt, letzten Jahr. Und ja, eins, wo man jetzt nicht so, wer weiß, wie viel sieht. Nur eben so ein bisschen das Gesicht, um halt einfach überhaupt irgendein Profilbild zu haben. Und ja, jetzt hatte das eine Weile gedauert, ehe es freigeschaltet wurde. Dann habe ich in der Nacht irgendwann oder am Morgen eine E-Mail gekriegt vom Administrator. Profilbild wurde freigeschaltet. Und mein Postwach war, ja, ich hatte lauter Spin-Benachrichtigungen. Und jetzt gucke ich hier rein und hier stehen 18 Posts. Ich weiß nicht, ob das jetzt Gespräche nur sind. Und hier stehen auch Freundschaftsanfragen. Und wie man schon sehen kann, du bist unglaublich hübsch. Hast du Lust? Freundliche Grüße, Enrico. Ja, was soll mich jetzt dazu bewegen, die Freundschaften anzunehmen? Aber es wird wahrscheinlich jetzt gesehen, dass ich online bin. Und das würde mich jetzt mal interessieren, ob da jetzt noch weitere Anfragen kommen oder irgendwie sowas. Weil ich bin gestern direkt, nachdem ich das Profil erstellt habe, bin ich offline halt einfach gegangen. Wir haben dann Filme geguckt, sind irgendwann ins Bett gegangen. Und ja, mal gucken, was sich so ergeben hat. Also ich bin erstaunt, dass obwohl ich nicht mehr online war, trotzdem jetzt einige Nachrichten reingeflattert sind. Und ich möchte diese Nachrichten jetzt halt einfach mal mit euch durchgehen. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, ob ich das, wie gesagt, blurre oder unerkenntlich mache. Ich muss mal gucken. Das werden wir dann sehen. Gehen wir mal in den Posteingang. Okay. Ja, hier ist ja schon einiges sehr durchmischend. Also fangen wir an. Ich klicke die jetzt einfach mal an. Ich schreibe noch gar nichts zurück. Hier ist Hallo, Na, wie geht's dir? Ja, das kenne ich von früher auch. Wieder typisches, klassisches Sonnenbrillenbild. Habe ich das nicht in meinen letzten Videos noch gesagt? Sonnenbrillenfoto. Naja. Und wenn man dann als Frau nicht reagiert oder nicht antwortet, ist man die ganz böse. Mit so hohen Ansprüchen kennen wir. Hier ist jemand. Hallo, wie geht es dir denn so? Okay. Ja, solche Nachrichten kriegt man dauernd. Hier haben wir einen. Herzliches Willkommen. Auch wenn es bereits April ist, wünsche ich dir ein glückliches und vor allem gesundes Jahr. Für dich und deine Lieben. Mögen all deine Wünsche und Vorstellungen für 2023 in Erfüllung gehen. Gut, das könnte ich jetzt verstehen, wenn man sowas schreibt, wenn es irgendwie gerade Silvester gewesen ist. Aber das ist immerhin schon mal ein bisschen mehr Text. Das ist ja ganz nett. Machen wir es mal so. Also die Tatsache, dass ich auf diesem Profil, glaube ich, erst 20 oder 21 bin. Und es sind dann schon Männer, wenn da steht 81, denke ich mal, dass er schon an der 40 ist. Das sagt auch immer sehr viel. Naja, aber ist jetzt erstmal was anderes. Ich sehe das mit dem Altersunterschied nicht so eng. Guten Abend, willkommen bei Spin. Ja. Auch ganz nett. Also ich unterstelle denen jetzt erstmal grundsätzlich nichts Böses. Also die mit dem Strich habe ich noch nicht gelesen. Okay. Hey, wie geht's dir? Was machst du die Tage? Grüß. Harry aus Türkheim, Bayern. Okay. Ich weiß noch nicht. Aber was soll ich denn drauf sagen? Keine Ahnung. So. Guten Morgen, junge Dame. Wusste gar nicht, dass Berlin in Nordrhein-Westfalen liegt. Oder hast du dich einfach vertippt? Oh ja, das kann sein. Ich habe einfach irgendwas da reingeschrieben. Gut. Das muss ich noch ändern. Ja. Kein Problem. Mache ich noch. Ist ja. Geht ja. So. Honigbärchen, wenn ich heute schon den Namen lese. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und einen stressfreien Arbeitstag. Na du, gut in den Tag geschickt. Achso, das sind mehrere. Hey, was machst du heute, außer eventuell auf die Arbeit gehen? Liebe Grüße von Thorsten. Hä? Achso, der hat. Hä? Moment mal. Also das ist eine Nachricht, wo er jetzt mehrfach mich angeschrieben hat, weil ich um 7.53 noch nicht geantwortet habe, innerhalb von kürzester Zeit. Oder hat er die Nachrichten jetzt alle um 7.53 Uhr geschickt? Das weiß ich nicht. Naja, Honigbärchen. Also hat es jemand aber mal ganz eilig gehabt. Oder schickt mir jemand ein Bild von sich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und sende dir liebe Grüße. Bin Tim. Ja. Warum hatte der jetzt ein... Ne, der hat kein Profilbild und das kriege ich dann per Privat. Das sind meistens so Männer, die selber eher verheiratet sind oder in einer Beziehung sind und die nicht wollen, dass man sie auf diesen Plattformen findet. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Ich glaube, das Bild werde ich definitiv blören, also unerkenntlich machen müssen. Oder hier so einen schwarzen Zensurbalken, ich habe keine Ahnung, weil das ist ja von einer Privatnachricht. Das darf ich, glaube ich, nicht öffentlich machen. Aber wie gesagt, ich gucke da mal. Dann haben wir hier jemanden etwas älteres Kaliber, würde ich mal sagen. Hallo, mochte dich gerne kennenlernen. Suche Partnerin zum Aufbau einer liebevollen Beziehung. Grüße, Siggi aus Wetzlar, Hessen. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich frage. Der sieht ja schon aus, als wäre er ein paar Jahre älter auf dem Buckel und der guckt im Internet tatsächlich nach einer Frau, die so um die 20 Jahre alt ist. Hm. Also ich kann da immer nur wieder sagen, liebe Männer, es ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Kann nicht klappen. Ich glaube nicht mal, wenn er jetzt sagt, er hat Multimillionen auf dem Konto, wird das funktionieren. Bei einigen vielleicht schon. Aber bei mir nicht. Smed oder Smed, hier haben wir es wieder, ganz klassisch, Sonnenbrillen-Profil-Foto. Wie geht es dir? Liebe Grüße da lässt. PS, sehr sympathischen und ausdrucksstarkes Bild, wie ich finde. Oder einfach gesagt, wie wunderschön sie doch ist. Oder, ne, wunderhübsch steht da. Okay, ja. Soll ich auch ständig? Ähm. That guy. Hey, Pagelina, ich weiß, was du jetzt denkst. Na, du hast mir gerade noch gefehlt. Und was soll ich sagen? Schön, dass du es bemerkt hast. Aber jetzt bin ich ja da und fehle nicht mehr. Hä? Moment mal, da muss ich nochmal. Und was soll ich sagen? Schön, dass du es bemerkt hast. Aber jetzt bin ich ja da und fehle nicht mehr. Ach so. Okay. Ja. Da wollte sich jemand ein bisschen interessant machen. Auch nicht unbedingt verkehrt. Okay, jetzt kommt Tobi. Ich will gleich offen und ehrlich sein, weil ich dich echt gleich sympathisch fand. Ich habe von Geburt an eine Gehbehinderung. Das heißt, ich kann mit Gehstöcken oder Rollator laufen. Und für längere Strecken habe ich den Rollstuhl. Und die allermeisten blocken da gleich ab. Weißt? Deswegen ist das alles neu für mich. Ich hoffe, du bist da anders und du würdest damit klarkommen. Geh sehr offen damit um. Kannst gerne alles fragen. Und ich sehe mich einfach nach jemandem. Wurde aber bis dato leider nur enttäuscht. Und das tut dann immer doppelt weh. Ich hoffe, ich bin auch dein Typ. Ja, wisst ihr, liebe Leute, das ist so dieses Ding. Da versucht jemand die Mitleidschiene. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja auch unsere Zipperlein, mein Mann und ich und unsere Probleme. Und teilweise Einschränkungen. Aber das war für mich damals überhaupt kein Problem. Also sowohl, dass ich, wie gesagt, auch am Lippe dem leide und eine Höfdysplasie habe. Gut, ich kann laufen, ja und alles. Halt nur nicht sehr, 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 sehr lange und nicht schwer heben und mich so viel bücken. Das ist immer dann ein Problem. Das war aber schon, ja, ein Problem, was ich schon seit frühester Jugend anhatte. Das war überhaupt kein Problem. Und mein Männchen mit seiner alten Kriegsverletzung im Rücken, dass er da ein Problem hat, war für mich auch nie ein Problem. Deswegen von der Sache her bin ich jetzt, naja, ich weiß nicht, ich muss mich mal gerade reinversetzen. Wie war ich mit 20? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich darauf sagen soll. Ich überlege mir noch was. Aber ich denke, ich werde sagen, dass, ich bin ehrlich, dass ich sowas nicht möchte. Na gut, ich suche ja sowieso nicht. Das soll jetzt ja, wie gesagt, nur ein soziales Experiment sein. Aber gehen wir mal weiter. Hier. Guten Morgen und liebe Grüße an dich und einen schönen Mittwoch gewünscht. Ich bin der Marcel, bin 45 Jahre alt und bin alleinerziehender Papa einer 14-jährigen Tochter. Ich würde mich über eine E-Mail freuen, da ich dich gerne besser kennenlernen möchte. Er würde. Ja, ich glaube, ich hatte in meinem Profil geschrieben, keine Kinder und keine Kinder gewünscht. Und das kenne ich von ganz früh auch. Ich wollte das noch nie, auch mit 20 nicht, irgendeinen Mann kennengelernt, der Anhang hat. Die Frage ist jetzt, warum dieser Mann mit 45 Jahren mich anschreibt, eine junge 20-jährige Frau aus dem Internet. Das ist immer so eine Sache und das ist genau das, was ich in meinem Die-Rap-Bild-für-dem-Mann-Video erklärt habe. Das glauben solche Männer, also jetzt auch so vom ersten Blick vom Profilbild, wie gesagt, es kann sein, dass ich es blurren muss oder unerkenntlich machen muss im Hintergrund. Was die für Chancen, sage ich jetzt mal, haben bei jungen 20-jährigen Frauen. Und er sagt mir schon, er ist ein alleinerziehender Vater einer 14-jährigen Tochter, das sagt mir schon extrem viel. Und das ist, ja, wir haben es ja sehr einfach im Internet, wir Frauen. Okay, was sagt der? Ich habe gerade dein Profil entdeckt und will gleich dazu sagen, bin kein Mann, der hier das schnelle Abenteuer sucht. Vielmehr ein nettes Gespräch und schauen, was sich daraus entwickelt. Von daher dachte ich mir, sage einfach mal Hallo und vielleicht hast du ja ein bisschen Zeit und Lust zu schreiben. Ich schicke dir auch mal ein Bild für den ersten Eindruck. Der sieht ja fast exakt aus wie mein Bruder. Also selbst wenn ich auf der Suche wäre, würde das überhaupt nicht in Frage kommen. Und ich finde das auch immer ein bisschen seltsam, wenn Männer ihre Profilbilder also weglassen und dann eben nur in eine privaten Nachricht schicken. Haben die Angst, sonst nicht angeschrieben zu werden. Ich weiß es nicht. Selbst wenn er nicht so ein bisschen aussehen würde wie mein Bruder. Gut, mein Bruder sieht noch ein bisschen anders aus, aber schon sehr, sehr ähnlich wäre das hier nicht mein Typ. Weil das zeigt mir schon sehr viel über den hormonellen Zustand des Mannes. Wenn ich mir die starken Geheimratsecken und das Ausgehen der Haare angucke, wäre man ein anderes Thema wert. Das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern einfach nur die Tatsache, dass ich weiß, warum das bei Männern so ist, würde das absolut nicht in Frage kommen. Gehen wir mal weiter. Von Serkan. Guten Morgen, ich lasse Ihnen schöne Grüße da. Ja, bis jetzt sind die Nachrichten eigentlich alle ganz nett. Habe ich von ganz früher noch ganz anders in Erinnerung. Attacke. Mit einem Holzzahnstocher auf dich zurennen. Los, zieh deine Waffe. Wenn du keine besitzt, habe ich extra eine für dich gebacken. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Na, der Typ, der scheint mir sehr, sehr kindlich zu sein, aber einen schönen Hund hat er hier. Der heißt Zwerg im Nutella-Glas? Okay, na gut. Aus Bremen. Ähm, ja. Gut. Sieht nach einem Kangal oder irgendwie, so ist es auf dem Bild aus. Na gut. Der Mann hat da keine Angst vor Hunde, finde ich wichtig. Okay, dann haben wir hier Streusel. Hey, ich habe dein Foto gesehen und bin deshalb auf deinem Profil gelandet. Ich wollte dir natürlich auch gleich eine Nachricht hinterlassen, in der Hoffnung, dass wir uns kennenlernen könnten. Ich hoffe, du hast Interesse daran und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir zurückschreibst. Und ja, ich weiß, ich habe nicht so viel im Profil stehen, aber ich hoffe, du schreibst trotzdem zurück. Ich weiß nicht, ob man das Alter sieht, aber ich bin 43, hoffe, das ist okay. Bis bald und liebe Grüße. Äh, ja, wieder jemand 43 Jahre alt. Hm? Ne? Das ist ja, deswegen, ich bin mal sehr gespannt, wenn ich das so mache, dass ich mir mal ein Profil erstelle, wo ich dann, ja, vielleicht mache ich mal schon 40 Jahre alt oder irgendwie sowas, ne? Nehme auch ein Profilbild von mir, aber ein bisschen ein anderes dann, damit man nicht dann gleich sieht, dass das ist. Und ich möchte jetzt auch nicht hier mit den Männern irgendwie rumspielen oder irgendwie sowas. Erstens habe ich dazu keine Lust, so, und, äh, ja, das wäre irgendwo ein bisschen unfair, ne? Das Einzige, was ich natürlich immer machen könnte, sage, nein, ich habe kein Interesse oder so. Aber dann wäre es interessant zu erfahren, wie die drauf reagieren, ne? Ob sie dann rum-mi-mi-mi machen oder ob sie es einfach akzeptieren, ne? So, jetzt haben wir hier noch jemanden. Hey, hey, lass doch einfach mal kennenlernen. Oh, ja, genau. Das sind ja auch genau diese, diese Sachen, die, ja, das wollen wir Frauen, genau. Da kommt ein Typ mit einem Profilbild, wir, wir, wir wollen uns einfach mal kennenlernen, okay. Mhm, genau. Und jetzt kommt einer wieder, ach, das ist bestimmt ein Hip-Hopper, so, wie er aussieht. Na du. Achso, ja, die sehen ja jetzt, dass ich online bin. So, ich hatte hier auf meiner Startseite, oje, ich kenne mich hier auf dieser Plattform jetzt noch nicht, äh, so aus. So, das waren jetzt erstmal die ganzen, äh, Privatnachrichten. Und Freundschaftsanfragen. Skyman 40, Flash 89. Ja, warum soll ich jemanden, hier haben wir wieder zweimal Sonnenbriller-Profilbilder. Sonnenbrillen-Profilbilder. Es ist immer das Gleiche. Ja, und wir wollen uns dann mit denen befreunden. Da ist jemand wie ich, der wenigstens ein echtes Foto von sich hochlädt und, und, äh, eben dementsprechend zeigt, wie er aussieht. Und die wollen dann mit dir Freundschaften haben und zeigen nicht mal ihr Gesicht. Und wir Frauen sollen da natürlich sofort drauf anspringen und, äh, sollen uns für die dann interessieren. Und wenn wir das dann nicht tun, dann gehen sie dann irgendwann zu Red Pill. Ich werde ja nie eingeschrieben. Ich kriege nie Antworten und bla, bla. Ach ja. Uah. Das ist, ähm, ja. Das sind mir immer genau die richtigen. Okay, jetzt habe ich gerade noch eine Nachricht gekriegt, die ist gerade reingeploppt. Ansonsten 43 Leute finden dein Profilbild rockt. Ja. Obwohl ich jetzt gar nicht groß irgendwie... Ich finde jetzt auf dem Foto nur ein ganz normales Gesicht. Das finde ich jetzt nicht so besonders, ne? Aber die versuchen es halt immer wieder, die Männer über diese Schönheitsschiene zu gehen. Also, beziehungsweise, sie denken, wenn sie einer Frau sagen, oh, du siehst toll und du siehst gut aus, dass sie dann irgendeiner Form groß drauf anspricht. Aber gucken wir mal in die neueste Nachricht hier. Ähm, hallo, wie geht es dir? Was machst du Schönes? So, und, ja, das ist so... Fast jede Nachricht war jetzt mit, hallo, hi, wie geht's dir? Was machst du? Und das muss man sich jetzt vorstellen. Je länger ich hier online bleibe, werden wahrscheinlich dementsprechend mehr, äh, Nachrichten reinflattern. Und wie stellen sich die Männer das vor? Auf wen soll ich denn jetzt antworten? Auf wen soll ich denn reagieren? Nach was könnte ich das aussuchen? Wäre ich jetzt wirklich auf der Suche, äh, würde ich sagen, dass absolut niemand von dem mein Typus wäre. Niemand. Und damit will ich nicht sagen, dass die schlecht aussehen. Oder dass die in irgendeiner Form unattraktiv sind oder irgendwas. Äh, nein, aber es sind, ist überhaupt nicht mein Typ. Keiner von denen, ne? Also, das muss ich mal einfach so sagen. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, auch bei denen hier ohne Profilbild oder so, gut, manche haben ja ein Bild mitgeschickt, ähm, wie würde ich drauf reagieren? Ja, jetzt, man muss sich immer noch in die Lage reinversetzen. Ich bin 20, 21 Jahre alt und mir schreiben mit 40-Jährige, was erwarten die denn? Jetzt mal wirklich ohne Witz, was erwarten denn? Ja, das sind ja noch nicht mal, weißt du, wenn diese mit 40er, äh, sag ich mal ganz ehrlich noch irgendwie, wer weiß wie, Ausstrahlung hätten, also eine dementsprechende Optik, ja? Ja, wo man sagen könnte, wow, das hat man, weil ein Mann ist ja mit Mitte 40 alles andere als unattraktiv, also in der Regel. Ähm, aber nicht mal irgendwie das, ein gepflegtes Äußeres, irgendwie ein bestimmter Typus, irgendjemand, der irgendwas Interessantes über sich sagt, gar nichts. Da kommt nichts, sie schreiben immer nur, wie alt sie sind und dann steht da ja so ein, so ein, äh, ich sag mal schon, so ein Familienvater, sagen wir es mal so, ne? Ja, das ist halt etwas, das interessiert mich nun mal nicht wirklich. So, ich hab mir jetzt auch erstmal die Mühe gemacht, bei den Leuten, die mir eine Freundschaftsanfrage geschickt haben, bin ich mal aufs Profil gegangen. Also bei einem hier, ja, 1,80 groß, 85 Kilo, also Durchschnitt, ist Raucher, gelegentlich mal ein Bier, ja, bla, 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 Kind, Kind außer Haus. Also das heißt, er hat schon ein Kind, positive Eigenschaften, Respekt. Was bedeutet das? Da hab ich meinen Kaffee hier. Äh, negative Eigenschaften, finde es raus, okay? Ähm, okay, Gruppen, in welchen Gruppen ist er drin? Alleine schlafen ist doof, alte Frauen sind einfach sexy. Altersunterschied, jüngere Frauen, ältere Männer. Altersunterschied, mir egal, also der, der hält sich hier schon alle Optionen offen, ne? Eier, Amateurfunker, Beverly Kills, Blind Date, Brustpiercing. Das Alter spielt keine Rolle. Äh, okay, auf der einen Seite, äh, hä? Okay, dicke Dinger sind geil. Naja, gut, das sagt mir auch einiges. Aber ich krieg jetzt hier wieder weitere Nachrichten, aber ich guck mir jetzt mal weiter. Ähm. Okay. Sind mollige Frauen echt tabuloser als schlanke? Ach, wenn die wüssten. Äh. Soziale Netze gegen Nazis. Gott, der ist aber, der hat aber viele Interessen, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Hobbies, Pferdesport, Schach und alles, was Spaß macht. Lieblingsautorennamen vergessen. Ne, das hat er nicht vergessen, der liest nur nicht. Kann man ja wenigstens reinschreiben, ne? Ähm. Nur mit Charlie Harper, Lieblings-TV-Serien. Nur mit Charlie Harper. Charlie Harper ist eine fiktive Figur, ein kleiner Schauspieler. Ähm. Ich meine, ich liebe Two and a Half Men auch, so ist es nicht. Aber, ähm, da weiß man immer schon, wo die Reise hingeht bei solchen Männern. Also, ich sehe da auch nichts Besonderes im Profil. So typisch, so Lieblingsgetränke, je nach Stimmung. Lieblingsessen, was satt macht. Lieblingstiere, fast alle. Niemand mag fast alle Tiere, ne? Zu Tieren gehören ja auch Flöhe und Zecken. Lieblingssport, der nicht anstrengt. Ja, dann sag doch keinen. Ziele im Leben, Frage. Würde gerne treffen, den Fährmann ohne die Münzen. Der hält sich anscheinend sehr für lustig, ne? Hält sich alles offen. Und das ist das, was ich meine. Da ist jetzt nichts Besonderes aus. Also, wie gesagt, vom Typ ja auch sowieso überhaupt nicht mein Fall. Und, ähm, ja, hat schon Kinder und so. Halbdurchschnittstyp, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen. So, und hier, wenn man das so liest, ne? Da weiß man, der ist unglaublich durstig. Also, der braucht unbedingt eine Frau, aber, ähm, wie gesagt, selbst wenn ich jetzt Single wäre, ähm, wäre das für mich absolut nein. Da gucke ich mal meine neuesten Posts. Das geht ja hier an einem Abend, äh, an einem Abend in einer Tour. Guten Abend, was machst du so Schönes? Boah, stellt euch vor, ich würde jetzt überall schreiben. Da würden mir die Finger wehtun. Hey, wollte einfach mal sagen, dass du ein sehr hübsches Gesicht hast und sehr schöner Mund. Ich mag es sehr, weil du eben so, so natürlich ausschaust. Lass uns doch mal schreiben, hab auch ein Foto. Bin auch aus Berlin, genau aus Lichtenberg. Okay, der findet mein Profilboto natürlich. Boah, wenn der wüsste, wie viel Make-up da drauf ist. Naja, vielleicht hat der noch nicht so viele Frauen gesehen. Wie geht's dir? Hättest du vielleicht Lust zu schreiben? Och, der sieht ja noch ganz jung aus. Aber wenn ich doch in Berlin bin und er in Bayern, wie stellt er sich das denn vor? Naja, ist auch so ein Ding, ne? Und ich habe in meinem Profil eigentlich fast gar nichts drinstehen. Außer, wie ich schon gesagt habe, außer wo ich herkomme und wie alt ich bin und dass ich Single bin. Und ein kleines Profilfotuchen. Mehr steht da nicht drin. Und das scheint anscheinend für viele Männer schon, ja, Grund genug sein. Aber ich glaube, dieses Video würde ja auch nicht so interessant sein, wenn ich nicht mal, ja, vielleicht dem einen oder anderen mal zurückschreiben würde. Also, ich würde sagen, wir fangen mal ganz unten an. Mal beim Ersten. Da schreibe ich zurück. Hallo, na, wie geht's dir? Schreibe jetzt gut. Und dir? Muss ich mich wieder auf der Tastatur... Ja, so ein bisschen... Zum Glück ist die beleuchtet. So. Gehen wir nochmal zum Nächsten. War das bei Post? Ja. Steht das, dass ich geantwortet habe? Habe ich jetzt dem geantwortet? Oder wer war das? Ach nee, die... Ach so, hier ist dann oben ein Pfeil, wo ich geantwortet habe. Gut. Dann machen wir den. Hallo, wie geht's dir so? Gut. Und hier. Und jetzt müsste man echt mal sagen, eine Frau, die keine... Die jetzt nicht groß filtern würde, ne? Also, wenn sie jetzt wirklich auf der Suche ist und will online gucken, gibt jetzt bis jetzt kein Mann wirklich Anlass, warum man wirklich zurückschreiben sollte oder interessiert ist. Ich schreibe hier einfach mal Danke. So. Damit die nicht immer sagen können, keine Antwortet mir. Ich mache das jetzt einfach mal. Würde ich auch so machen. Also, auch wenn es jetzt kein Experiment wäre. Guten Abend, willkommen bei Spin. Aber vielen Dank. So. Machen wir auch nicht so viele Smileys. Erst noch suchen. Ähm. Na komm. Hier Harry auch. Kein Profilbild, kein Nichts, ne? Auf Bayern. Wie geht's dir? Was machst du die Tage? Ja, was mache ich? Mir geht's gut. Geht's gut. Äh. Was mache ich denn die Tage? Oh, ach. Gartenarbeit. Ja. Mache. Ja. Oh, hier so im Liegen mit der Tastatur. Das ist ein bisschen... Zack. Was ja auch stimmt. So, dass bei meinem Trimmer alle 10 Sekunden die scheiß Spule immer rausholt. Äh, rausknallt. Ach, naja. Kein Bosch mehr kaufen. Guten Morgen, junge Dame. Wusste gar nicht, dass Berlin... Oder hast du dich einfach vertippt? Ja, hab's geändert. Hab's geändert. So. Ja, ich hab wirklich gesehen, dass ich Nordrhein-Westfalen angegeben hab. Vielleicht, weil ich ursprünglich auch aus Nordrhein-Westfalen bin. Vielleicht liegt's daran. So ein Honigbärchen. Hier, ja. Ach ja, das war ja der, der so zig Nachrichten in eins geschickt hat. Ach ja, das ist jetzt das. Guck mal, so viele wie schreiben. Was soll man jetzt darauf antworten? Ich meine, eigentlich müsste ich ja schon vorgefertigte Templates haben. So mit vorgefertigten Antworten. Wo ich einfach noch Copy, Paste. Copy, Paste. Weil, überleg mal, das Tippen die ganze Zeit, das geht mir ja jetzt schon irgendwie auf die Nerven, ne? Wunderschönen guten Morgen, wenn ich hier einen stressfreien Arbeitstag bin. Bei einem Mann ohne Profilbild halt auch noch, ne? Es sind viel zu viele Fragen. Ach, ich sag das auch. Es sind ja viel zu viele Fragen. Mal gucken, was er daraus sagt. Guck, kommt schon wieder die nächste Nachricht. Du wirst hier ja einfach nicht fertig, ne? Puffer Man hat hier das Profilbild geschickt. Guten Morgen wünsche ich dir und sende dir liebe Grüße. Bin Tim. Danke. Wo ist zurück? Schreiben wir jetzt. Man muss ja höflich bleiben. Also es war bei mir früher auch so, wo ich noch Single war und da haben mich auch teilweise völlig die Bekloppten angeschrieben. Ich bin immer, immer höflich geblieben. Hab soweit auch immer allen geantwortet. Also meistens. Ach so, der. Ja, äh, was schreibe ich jetzt dem? Der etwas ältere Herr, der ne Partnerin sucht. Äh, Sigmar aus Deutschland. Wo liegt denn Sigmar? Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht so sagen. Aber was schreibe ich denn da? Äh, ich schreibe, tut mir leid, kein Interesse. Tut mir leid, kein Interesse. So, bei ehrlich darf man dann ja wohl auch sein. Meiner Meinung nach. So, gucken wir mal weiter. Äh, so. Ich arbeite mich jetzt einfach von unten nach oben. Guten Morgen, the lady. Wie geht's dir? Grüße. Sehr sympathisch und auch so starkes Bild, wie ich mir noch einfach gesagt habe. Ja. Danke. Ich schreibe einfach nur Danke, weil da fällt mir jetzt nichts drauf ein. Ich kann nicht immer auf alles einzeln eingehen. Hier kommen einfach viel zu viele Nachrichten. Das ist, ja. Das können sich Männer wahrscheinlich nicht vorstellen, aber es ist halt in der Tat so. Ähm. Ah, der erinnert mich so ein bisschen an Tormund. Aus Game of Thrones, ne? Ähm. Ja, aber was soll ich jetzt darauf sagen? Was soll ich sagen? Schön, dass du das gemerkt hast. Bin ja da. Fehle. Äh. Äh. Ohne, dass das jetzt irgendwie arrogant klingt, ne? Äh. Äh. Puh. Ist da doch nicht mal eine Frage drin oder irgendwie sowas? Äh. Ich, nein. Ich schreibe einfach. Ich glaube nicht, dass du weißt, was ich denke. So. Okay, smiley. Da. So. Das ist doch nett. Könnte vielleicht jetzt für ihn als arrogant rüberkommen. Keine Ahnung. Hm. Ach ja, das ist ja der mit der Behinderung. Da schreibe ich gleich. Tut mir leid. Kein Interesse. Hab schon genug eigene Baustellen. Da brauche ich hier noch jemanden, der zusätzliche Baustellen mitbringt. Ähm. Ich habe aber auch keine Lust an mich zu erklären. Ich muss mir auch, ich bin ja auch keinem irgendwie rechenschaftspfuldig. So. Was war jetzt er? 45 Jahre. 14-jährige Tochter. Ich schreibe auch. Tut mir leid. Kein Interesse. Also ich werde, nicht dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich werde grundsätzlich niemanden schreiben, dass ich Interesse habe. Weil das wäre so unfair. Ich kann ja nicht die, die dann anlocken oder irgendwie sowas, ne? Oder irgendwelche Aussicht auf irgendwelche Erfolge machen. Das wäre, wie gesagt, unfair. Ne, das kann man nicht machen. Ach ja, ein R. Was wollte er nochmal? Was zu schreiben. Ähm. Hier konnte man auch, wo man, äh. Ja, wo man Single eingetragen hat, konnte man auch eintragen, nicht auf der Suche. Also Single, nicht auf der Suche. Und Single und noch tausend andere Optionen. Ich habe einfach nur Single angegeben. Oder Single und ja, auf der Suche. Oder irgendwas. Das habe ich nicht angegeben. Und trotzdem wird man hier so überfüllt. Ach, was schreibe ich denn jetzt? Hat er was gefragt? Ja. Er ist kein Mann, der die schnellen Abenteuer sucht. Das sagen die alle. Ach, das ist halt der typische Nice Guy hier. Hm. Vielleicht hast du ein bisschen Zeit und Lust zu schreiben. Äh. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt kommen hier tausend Nachrichten rein. Ich habe keine Zeit zu schreiben. Ich habe auch noch gleich irgendwas zu tun. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Hm. Was schreibe ich jetzt? Ähm. Ich schreibe Danke. Aber ich habe keine große Zeit. Im Moment zum Schreiben. Ähm. So. Das ist neutral, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann. Wer kann. So, ich antworte jetzt jedem einfach mal. Ich lasse liebe Grüße da. Liebe Grüße zurück. So. Machen wir mal mit allem. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht ganz genau, ob ich die, ich glaube ich da hier die unkenntlich machen muss. Und ich muss mal gucken, wie das in meinem, ähm, Programm geht. Da habe ich mich noch nicht mit befasst, aber irgendwie wird es schon gehen. Ach, hier ist der, Attacke. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also, ich meine, ich verstehe wirklich viel, aber das verstehe ich irgendwie nicht. Attacke mit einem Holzzahnstocher auf dich zurennen. Hat der ja irgendwelche Fantasien? Loszieh deine Waffe. Wenn du keinen besitzt, habe ich extra für dich gebacken. Ja, den muss ich aber auch ehrlich schreiben, dass ich das wirklich extrem uninteressant und unwitzig finde. Sorry. Uninteressant. Für mich. So. Kann man ja. Typen stehen doch immer so auf Ehrlichkeit und auf Direktheit. Dann sind wir auch ehrlich und direkt. Ach ja, hier ist derjenige, der auch der über 40-Jährige. Der mich kennenlernen will. Und ich schreibe auch, tut mir leid, kein Interesse. Und ich muss auch nicht immer tausendmal erklären, warum. Tut mir leid, kein Interesse. Auch wie die da dann schon in dieser Kneipenthekenhaltung dann auf ihrem Profilbild immer stehen. Und dann so, ja. Alt, mein Freund, zu alt. Hey, hey, lass uns doch einfach mal kennenlernen. Frag jetzt mal echt ganz blöd, wieso. Na gut, die gehen ja wahrscheinlich davon aus, dass ich noch auf deren Profile dann gehe und mir deren Profile angucke. Aber das wird mir jetzt echt zu lange dauern. Den Nadu schreibe ich nicht, der will chatten, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hallo, wie geht's dir? Was machst du Schönes? Mir geht es gut. Beantworte, Karte, Nachrichten. So. Mal gucken, ob gleich einer von denen überhaupt schon mal wieder zu... Oh, sind die zu fünf Post? Das wird ja minütlich hier mehr. Gucken wir mal. Chris hat geschrieben, gerne. Ah ja, okay, das ist der, der will kommen bei Spin. Okay, ja, alles gut. That guy. Achso, der... Du hast recht, es war ein Blüff. Achso, ja, der wollte Aufmerksamkeit generieren. Ja, ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Achso, wir gerade noch... Ja, 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 okay. Ja. War mir klar. Okay, jetzt wird es aber auch ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich... Danke, Gruß zurück. Bist du auch Single? Guck mal, in meinem Profil steht, dass ich Single bin, ne? Und er hat mich angeschrieben mit dem Bild. Also ein Bild von sich, ne? Er hat kein Profilbild. Und das impliziert mir, dass er in einer Beziehung ist. Ich möchte gerne wissen, ob ich jetzt tatsächlich recht habe. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Bist du auch Single? Wieso die Frage? Ich stelle mich jetzt einfach mal doof. So, und... Ich würde sogar wetten, dass er nicht Single ist. Angler. Guten Abend. Nein, auf diese Nachrichten gehe ich gar nicht erst ein. Das wird eine Never-Ending-Story. Die wollen jetzt chatten. Oh, hier schreibt ein Mädchen. Hallo, schön Unbekannte. Ich möchte dir viele schöne Unterhaltungen wünschen bei Spin. Aus Hannover, ne Frau. Das Bild sieht aus, wie ein bisschen aus einer Fernsehzeitung irgendwie ausgeschnitten und abfotografiert oder eingescannt und benutzt. Oder bin ich jetzt... Ich weiß nicht. Ich schreibe einfach mal Danke. Warum macht sie so einen komischen Smiley dann da drunter? Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht will sie mir damit so den Wink geben. Hier, äh, ich wirste viel angeschrieben oder sowas. Oh, das ist jetzt hier so ein Kasper. Der denkt, er ist einer auf... Wie soll ich das sagen? Der Typ, der gesagt hat hier, ich glaube, es war ein Bluff. Es war ein Bluff? Nein, ich komme mir auch schon... Da merkt ihr es mal. Ich glaube, ich werde langsam zu alt für so einen Kack. Wie können denn Leute das toll finden, den ganzen Tag rumzuschatten? Ich verstehe das nicht. Ich glaube nicht, dass du weißt und ich denke, du hast recht. Es war ein Bluff. Ja, war mir klar. Ich wusste, dass du das jetzt sagen wirst. Ja, natürlich, weil jeder normale Mensch, das... Nein, nur normale nicht, aber Leute wie ich antworten so... Oh, ich frage ihn jetzt mal, was er möchte. Was er möchte. Ich merke da so ein bisschen so... Meine Brüder sind auch so. Und so dieses bisschen hippelig... Nein, ich bin dein bester Freund, lass uns doch Freunde sein, Typ. Ah, kann ich nicht. Ah, okay, was ist das? Ah. Hallo, wie geht's dir? Was machst du Schönes? Achso, der. Ja, ich habe gesagt, ich beantworte viele Nachrichten. Hast du viele bekommen? Ich schreibe einfach nur noch Ja. Ich habe keine Lust mehr, ausführlich zu schreiben. Oh mein Gott. Klar. Du bist hübsche Frau. Normal. Oh nein, so einer. Oh mein nein. Wollen die jetzt mit mir chatten? Also so Chat machen hier wie so auf WhatsApp oder sowas. Darauf habe ich jetzt aber gar keine Lust. Okay. Was ist der? Hey, na, wie war dein Tag heute? Aus welchem Bezirk kommst du? Oh. Oh. So, hier ist nochmal einer. Weil hier viele Single stehen haben, aber doch vergeben sind. Keine Angst. Bin des Lesens schon mächtig. Lach. Ah, ja, so einer ist das. Was ich denke und tut, traue ja auch anderen zu. Okay. Ah, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf zu antworten. So. Aber der hier will chatten. Ich habe jetzt keine Lust zu chatten. Soll man dann so fair sein und denen das schreiben? Ich schreibe das jetzt einfach mal. Ich werde hier zu bomba... Äh, nee, warte, was habe ich geschrieben? Nee, BOMABI. Bombardiert mit Nachrichten. Ich habe keine Zeit zum chatten. Ehrlich, direkt und schonungslos. Das ist doch genau das, was die Männer wollen, ne? Zumindest wurde mir das immer gesagt. So, und jetzt schreibt Sebi 1990, hat die neue Nachricht gesagt. 1990, mein Bruder ist auch 1990 geboren. Ist aber noch klein. Oder jung. Hä, wieso steht das Gespräch hier denn nicht? Äh. Hier nochmal neu draufklicken. Ach ja, wieder jemand mit einem Profilbild, mit Sonnenbrille. Ich wünsche einen angenehmen Abend und herzlich willkommen hier. Ja, das ist ja nett, aber trotzdem... Das könnte mein Bruder sein, mein Kleiner auch noch. Gut, das weiß er ja nicht. Doch, Moment mal. Ist ja auch schon eine 30 dann. Wie? Ah. Na gut. Ja, auf jeden Fall, ich möchte das mal demonstrieren. Man sieht hier jetzt auf jeden Fall, also die Nachrichten, die kommen hier reingeploppt wie... Ja, wie sonst war es hier schon wieder. Oh, meine Güte. Ey, das ist echt... Wird viel... Eigentlich müsste ich jetzt hier die ganze Zeit, könnte ich einfach so stehen lassen und dann mal so ein bisschen abwarten, was passiert. So, hier sind jetzt wieder zwei neue Nachrichten reingekommen. Äh, Hallöle und er hat okay gesagt. Ja, das ist wenigstens nett. Ich kenne das auch von manchen Männern, die dann das Diskutieren anfangen und bla 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 machen. Hat er geworden heutzutage? I appreciate that. Ja, na gut. Ich könnte jetzt sagen, ja, finde ich ja nett, dass mich einige Leute noch, äh, ja, attraktiv finden. Aber mich würde mal interessieren, wenn ich das Alter jetzt auf, was ich 40 setzen würde, dann käme dann bestimmt so Post... Oh, für dein Alter siehst du aber noch gut aus und das, ne? Da müsste ich den Figurtypus aber auch mal ändern. Man kann den Figurtypus dort eingeben. Dann würde ich dann, ich weiß nicht, da kann man sogar fettleibig oder dick oder irgendwie sowas angeben. Das würde ich dann auch mal machen. Und dann würde mich tatsächlich interessieren, wenn ich so ein Alter um die 40 angebe, dasselbe Bild nehme, obwohl das wird, ähm, aufweilen. Oder ein Bild von mir ein bisschen anders, was so vielleicht so ähnlich ist oder keine Ahnung. Und dann mal den Figurtypus ändern und das Alter. Und dann würde mich echt mal interessieren, obwohl ein und derselbe Mensch auf dem Bild ist, ob die Leute das anders wahrnehmen. Ne, das würde mich mal interessieren. Oder wenn man zum Beispiel schreibt, ja, man ist nicht Single. Aber ich kann ja jetzt ja nicht etliche Profile erstellen, ne, diesbezüglich. Das zeigt mir halt nur wieder, ähm, ja, wenn du auf so einer Plattform bist, und das ist ja noch nicht mal eine Single-Plattform an für sich. Das ist ein, ich würde sagen, ganz normales soziales Netzwerk. Hier, ähm, ja, wo man, wo man, hier gibt es auch Flirt-Gruppen und dies und das. Und da können sich die Leute ja dann auch kennenlernen. Aber nur, weil im Status Single steht, dass einen deswegen gleich tausend Leute anschreiben, also insbesondere Männer, die was gleich direkt von einem wollen. Das ist ja auch schon wieder, huah, bedenklich. Ja, ich habe ja hier bei Freunde, hatte ich ja noch die Freundesanfragen. So, da war ich ja eben bei dem einen auf dem Profil. Ich gucke jetzt mal hier bei dem 89er auf dem Profil. Ja, da haben wir es wieder. Profilbild mit Sonnenbrille. 1,80 groß. Die sind hier irgendwie alle 1,80 groß. 77 Kilo ist ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube aber auch schlank. Single auf der Suche, heterosexuell. Mehr hat der nicht im Profil stehen. Und schickt mir eine Freundschaftsanfrage aus Süddeutschland. Aha. Ich habe keinen Grund, eine Freundschaftsanfrage anzunehmen. Jetzt haben wir hier noch. Ach du meine Güte, wie kann man denn hier sein Profil verändern? Ich wohne an der Ostsee, Timmendorfer Strand. Ich bin leidenschaftlicher Cosplayer und Modellbaudesigner. Ne halt. Wie gibt es hier noch anständige Leute, die auch mehr wollen, als nur einen netten Chatbild tauschen, nur wenn man sich mal besser kennt? Ja, das finde ich gar nicht. Ist so blüm. Also, so, ja. Ich suche neue Freundschaften, finde nette Unterhaltung, Freizeitgestaltung, ganz normale Sachen halt. Okay. 1,85, auch nur 76 Kilo. Werden die Jungs mal leichter. Ich bin übrigens Vegetarier und habe selbst zwei Tiere. Schnell weg da. Schnell weg. Ich bin jetzt bei denen nochmal in den Chat gegangen hier, wo ich gerade geschrieben habe, du, ich werde hier zu bombardiert mit Nachrichten. Ich habe keine Zeit zum Chatten. Und er schreibt, okay, willst du mit mir nicht schreiben? Ich soll dich in Ruhe lassen. Habe ich richtig verstanden? Äh, ja. Habe ich, ja. Sorry. Ist einfach zu viel. Ja, was soll ich denn sonst machen? Soll ich sagen, nein, aber ich will dich noch behalten, damit du, wenn ich irgendwann mal Lust habe, auf dich zugreifen kannst. Machen ja auch viele Frauen, aber sowas machen. Ja, die Frau schreibt, gern geschehen. Ja, wunderbar, falls es denn tatsächlich eine Frau ist und nicht eine aus der Tageszeitung. Hier schreibt mich wieder einer an. Hallöle. Ah, guter Tänzer, heißt der. Ach, ich tanze nicht. Früher mal ja, aber mittlerweile nicht mehr. Ja, und übrigens habe ich das Gästebuch hier immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe nur gesehen, dass es hier ein Gästebuch gibt. Aber wo, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das hier ist auch interessant. Ich war jetzt gerade mal, habe hier nochmal so ein bisschen rumgeguckt. Und da kann man Fragen über sich beantworten bei Persönlichkeit. Und die Fragen sind ja echt geil. Nach dem wievielten Date landest du im Bett? Genau, das kann man auch einfach so, wenn man so random jemanden datet, als Beispiel, also ich versetze mich jetzt nochmal dazu, so mal so zurück, wo ich ja 20 Jahre alt war, Single war. War ich mit 20 Single? Ich glaube schon. Ob man das so beantworten könnte. So nach dem Motto, ah ja, da kann der Kerl in den Katalog gucken. Nach wieviel Dates muss ich denn ungefähr machen, damit ich es da habe? Bescheuert ist doch das. Würdest du deinem Partner zuliebe Vegetarier werden? Was ist denn das für eine Kackfrage? Natürlich nicht. Wer sollte entscheiden dürfen, ob ein Kind abgetrieben werden soll? Was sind denn das für Fragen? Ist es dir wichtig, dass dein Partner sein eigenes Geld verdient? Was sind das für Fragen? Ach du meine Güte. Oder gehen wir aber mal ganz schnell wieder raus hier. Das ist ja... Was hat das mit meiner Persönlichkeit zu tun? Das sind doch Fragen, die kann man so pauschal gar nicht beantworten. Eieieiei. Mal gucken. Ich habe wieder Post gekriegt. Hast du ein Haus? Fragt. Was suchst im Chat? Mir geht es gut. Achso, das war der, der mich gefragt hatte, hier, was machst du die Tage? Und da habe ich gesagt, naja, halt Gartenarbeit. Hast du ein Haus? Was suchst du im Chat? Ich bitte doch noch nicht mal angeschrieben zu werden. Die machen das alle automatisch. Deswegen immer die Frage, was suchst du im Chat? Selbst wenn ich jetzt, wie gesagt, Single wäre und so, bitte ich darum, dass mich jetzt tausend Leute anschreiben. Hier gibt es nämlich noch auf dieser Seite ganz viele Foren und dies und das. Da kann man nämlich auch mal reingucken, noch andere Sachen machen. Ist ja nicht so, dass nur wenn man Single ist, dass man Interesse hat, nur irgendwelche Kerle kennenzulernen. Hier, Freundschaftsfrage von Harry. Ja, ist klar. Soweit hier gibt es... Ich habe das eben irgendwo gesehen. Themen. Hier, wenn man auf Themen klickt. Hier gibt es ganz viele hier Foren und Gruppen und dies und das. Da ist hier zu verschiedensten Themen. Guck mal, da gibt es doch sowas wie Kontaktanzeigen. Dann können doch die, die suchen, die können doch da reingehen. Aber wie kommen die Leute immer darauf, dass nur weil man Single im Profil stehen hat, dass man deswegen gleich tausend Nachrichten haben will? Das war bei mir aber schon früher so, auch wo ich Single war, dass das nervt auf Dauer. Wenn man ab und an mal eine Nachricht kriegt. Okay, ne? Irgendwie sowas. Vielleicht auch, wenn man schon hier zum Beispiel in einer Gruppe gewesen ist. Hier zum Beispiel gibt es griechische Mythologie und Antike. Auch sehr spannende Themen, finde ich. Also das sind auch Sachen, da interessiere ich mich für unter anderem. Wenn man jetzt da mit Mitgliedern so ein bisschen schreibt in manchen Themen und dann kommt jemand auf die Idee, dich dann mal so anzuschreiben oder mal zu kontaktieren. Dann finde ich, ist es auch total okay. Aber nicht immer diese random Freundschaftsanfragen von irgendwelchen wildfremden Leuten, mit denen du noch irgendwie gar nichts zu tun hast. Ja. Bei Tiere könnte ich vielleicht mal in die Gruppe reingehen. Was ist da so los? Okay. Ja. Mäßig. Gut. Ja, da könnte ich die zu bombardieren. Hier gibt es dann noch die dementsprechenden Gruppen dazu. Das meine ich so. Da gibt es hier alles so allgemein, wo man noch was machen kann. Und das ist halt keine direkte Single-Plattform. Oder sehe ich das zu naiv, weil ich so blöd bin? Ja. Art und Weise. Ich weiß es nicht genau. So, ich habe das jetzt in meinem Profil einfach mal geändert. Single, aber nicht auf der Suche. So, mal gucken, ob sich das die Leute angucken und ob die trotzdem noch mich hier die ganze Zeit nerven. Weil das ist ja auch mal eine Aussage, würde ich sagen. So, hier ist noch jemand. Ah, dankeschön. Ich wollte schon fragen, woher ist denn nun mein Gegenüber? Aus Berlin oder NRW? Es ist wie es ist, Jute. Hä? Ach, der kommt aus dem Ruhrpott. Okay, ja. Ich musste gerade das mal überlegen. Ja, jetzt will er wissen, wo ich herkomme. Ich lasse es jetzt einfach mal so und gucke mal, was passiert. Das ich hier, den ignorieren wir auch. Und gucke ich später noch mal rein. Ich lasse es jetzt erstmal eine Weile online und dann gucken wir mal, was passiert. Also, ich habe jetzt mal, während ich schon so ein bisschen in der Videobearbeitungssoftware gewesen bin, mal geguckt, was ich so machen kann. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, das ganze Bild in Blur zu machen, beziehungsweise so war ich gezeichnet, dass man die ganzen Sachen, Namen und Daten, Bilder nicht erkennen kann. Weil das ist sonst so extrem viel, was ich unkenntlich machen müsste. Also, was Bilder, Namen und sowas angeht. Und da macht das gar keinen Sinn. Das ist einfach viel zu viel Aufwand, viel zu viel Arbeit. Ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht. Und ja, währenddessen sind 15 neue Nachrichten gekommen. Es ist schon wirklich einiges. Ja, und da gucken wir jetzt noch mal rein. Äh, ja. Oh je, Mini. Okay, sind eine Weile. Okay, da hat einer geschrieben, athletische Frauen sind meist schlau und stark. Mehr nix. Kein Hallo, kein nix. Nur das. Ja, okay. Ja, ganz wunderbar. Abgesehen davon, dass es Quatsch ist. So, der nächste schreibt, gleich drei Sachen. Äh, nee. Ich habe das... Er schrieb, hey, stören erlaubt oder ist es gefährlich bei dir? Und da habe ich geschrieben, gefährlich nicht. Ich habe nur gerade keine Zeit im Moment. Und er schreibt, wollte nur mal Hallo sagen, Zwinker. Und falls du doch gefährlich bist, dann war ich mal im Judo und kann dich hier auf meine Matte entführen. Herausfordernd lächelnd zu dir schaue. Äh, das ist so cringe. Oh Mann. Braucht man gar nicht mehr weiter darauf antworten. Völliger Schwachsinn. Okay, da ist wieder der Nächste. Der schreibt, hey, na, alles klar bei dir? Bist du neu hier? Ja, mal abgesehen davon, dass man das sehen kann, weil man das Profil erstellt hat. Das ist wieder so, da müsste man ja mal nachgucken. Einer schreibt, 21. Schade, Smiley. Smiley. Äh, entweder zu jung oder zu alt. Man weiß es ja hier nie so wirklich, ne? Man merkt, jetzt ist es so, äh, nach 23 Uhr. Und jetzt kommen so ein paar andere Nachrichten. Hier der, der, wo ich ihn gefragt hatte, äh, vorhin ja, was er denn jetzt möchte. Da schreibt er, dich verwirren. Ah ja, das ist einer, wie gesagt, der denkt, der ist extrem lustig. Dann schreibt einer nur, hi. Hm. Ja, kann man machen. Der Nächste schreibt, hallo, ich bin der Jack. Bin 1,88, 90 Kilo und würde gerne mit dir chatten. Naja, mein Deutsch ist nicht das Beste. Aber ich wurde, aber ich wurde mich anstrengend, mehr zu schreiben und Deutsch lernen. Würde mich auch sehr freuen, wenn Sie zur Ruck schreiben oder einfach melden. Bis bald. Liebe Grüße. Naja, das ist ja nicht so schlimm, wenn jemand jetzt nicht der deutschen Sprache weiß, wie mächtig ist oder sowas. Aber, ähm, ja, mich würde echt mal interessieren, wie viele Frauen darauf wirklich tatsächlich anspringen. Weil der Mann hatte Militäruniformen und alles an. Irgendwo aus dem afrikanischen Sektor. Einer schreibt, hey, Lust zu flirten, ich schicke dir auch gerne ein Bild. Ich habe, ich will nochmal darauf hinweisen, ich habe extra geschrieben, jetzt in meinem Profil, also bei Single, aber nicht auf der Suche, habe ich extra angekreuzt. Und, um zu gucken, ähm, ob das sich jetzt was ändert, was die Nachrichtenzufuhr angeht. Also, Tatsache, hat das überhaupt keinen Einfluss. Interessiert keinen, dass ich reingeschrieben habe, ich bin nicht auf der Suche. Der eine, der mich gefragt hat, hallo, na, wie geht's dir? Und ich habe geschrieben, gut und dir. Er sagt, alles bestens, woher kommst du? Auch mit Sonnenbrillen, Profilfoto. Äh, ja, ist ja nicht so, dass das jetzt im Profil steht, beziehungsweise gestanden hat, woher ich denn komme. Der Nächste schickt mir ein Blumenfoto und sagt, guten Abend dir und komm gut in deine Nacht, wann immer sie beginnt. Ja, auch von einem Mann, der die ganze Ecke älter zu sein scheint als ich. Äh, der Nächste schreibt, achso, derjenige, der mich hier willkommen geheißen hat und der, äh, ja, dem hatte ich geschrieben, danke. Er sagt, nicht zu danken, gerne doch, hoffe, dir geht es gut. Und, puh, ich sag mal so, wenn es mir richtig beschissen gehen würde, dann sage ich wahrscheinlich nicht hier, aber ich meine, irgendwo muss man ja eine, Dings, eine Unterhaltung beginnen. So, der Nächste schreibt, hallo, hättest du Lust ein wenig zu schreiben? Das ist immer die Sache, über was soll ich denn schreiben? Ich habe keine Ahnung. So, wenn dich Leute einfach so anschreiben, möchtest du schreiben? Ich weiß nicht, was ich immer damit anfangen soll, das war aber schon immer so bei mir. Äh, also, pff, keine Ahnung, auch deutlich älter als ich. Der Nächste schreibt, guten Abend, ich wollte dir einfach mal sagen, dass du eine wirklich, wirklich hübsche Frau bist. Wie war dein Tag heute so? Als ob den das jetzt mal ohne Scheiß wirklich interessieren würde, wie mein Tag war. Seien wir doch mal ehrlich, ne? So, der Nächste schreibt, hallo, wie geht's, schönes Bild von dir. Auch ein deutlich älterer Mann. Das Nächste schreibt, huhu, okay, ein Mädchen. Nein, also, da muss man auch manchmal so ein bisschen vorsichtig sein. Manche Männer, die keine Antwort hier kriegen, die haben ein Zweitprofil oder irgendwie sowas und die kommen dann als Mädchen wieder, ne? Also, um zu gucken, ob sie nur mir nicht schreibt oder eventuell jemand anderem. Und dann ist noch einer da, guten Abend, ein sehr sinnlicher Mund. Auch wieder von einem Mann, der sehr viel älter ist als ich. Ja, so, ich hoffe so, das war's jetzt erstmal. Also, ich bin seit gestern spät Abend registriert, hab nichts mehr gemacht. Jetzt bin ich heute online. Jetzt sind schon, ja, zwei Seiten voll mit Nachrichten von Leuten, obwohl ich nichts weiter im Profil stehen habe. Und das ist so das, ja, da hat sich nichts geändert, wo ich früher noch in diesen Online-Medien gewesen bin, auch wo ich Single gewesen bin. Und, ähm, was das angeht, sie interessieren sich nicht wirklich für dich, also, das interessiert die im ehrlich, also, wenn man ehrlich ist, wirklich einen absoluten Dreck, was du so für Interessen hast und so weiter. Die gucken auf dein Bild und selbst, wo ich noch kein Bild drin hatte, wurde ich dann schon kontaktiert und ich bin auch der Meinung, ich hätte, auch wenn ich jetzt kein Bild drin hätte, auch noch genug Zuschriften bekommen. Warum, sobald die Herrschaften sehen, oh, da ist jemand weiblich, der sich registriert hat und Single, ist das erstmal alles für die irgendwie irrelevant. Und das macht irgendwie einen ganz komischen Eindruck. Somit kann ich sagen, ja, wir Frauen, wir werden weitaus mehr zu bombardiert hier in diesen Medien. Ich meine, das war schon immer so. Das habe ich sogar auch auf Facebook und auf anderen Portalen, wo ganz klar steht, mit wem ich in einer Beziehung bin, passiert das auch ständig und selbst, wenn man keine Fotos von sich als Profilbild hat, wenn da, zum Beispiel, wenn ich ein Hundefoto oder sowas nehme, selbst dann kommt das, solange da steht weiblich oder man erkennt am Namen, ist weiblich oder so. Und das ist wirklich eine ganz komische Sache, sagen wir es mal so. Aber jetzt da, um zum Fazit zu kommen, dass wir Frauen es tatsächlich einfacher haben, nein, so einfach ist das auch nicht. Klar, wir werden öfters angeschrieben und mehr angeschrieben und theoretisch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich lasse uns mal treffen, wäre das wahrscheinlich überhaupt kein Problem, sich mit jemandem zu treffen, irgendwie, obwohl ich da überhaupt keine, weiß ich nicht, habe. Und, ja, aber, ja, was heißt einfacher? Du hast zwar, wenn immer gesagt wird, ja, die Frauen haben die Auswahl. Ja, aus was denn bitte eine Auswahl? Hier ist wirklich niemand dazwischen, wo ich sagen würde, das käme auch nur annähernd in meinen, wenn ich jetzt ein Beuteschema hätte, ja gut, vielleicht habe ich sowas wie ein Beuteschema. Das käme da nicht ran. Das ist alles so, ja, das klingt vielleicht arrogant. Und ja, dann wird wahrscheinlich auch, wie gesagt, die Leute aus der Red Bull wieder sagen, ja, siehste, die wird zu bombardiert, bei mir antwortet niemand drauf. Aber ich möchte es jetzt einfach mal aus der Perspektive zeigen. Man muss als Mann verstehen, dass wenn eine Frau auf so einer Plattform ist, dass du nicht der Einzige bist, der da anfängt, sie anzuschreiben und zu kontaktieren. Und das hat auch nichts mit Arroganz zu tun. Aber irgendwann nach so vielen Nachrichten, stell dir vor, du willst dich jetzt bei jedem auf ein Gespräch wirklich einlassen, du verlierst ja tatsächlich den Überblick. Und wenn du höflich sein willst und, ja gut, du willst es allen recht machen, kannst ja sowieso nicht, aber du willst, ja, einfach nur höflich sein und jedem dann halt einfach irgendwie antworten, stell dir vor, mit jedem kommst du ins Gespräch, dann willst du ja mit dem weiterschreiben und mit dem, mit dem, das geht gar nicht. Das ist unmöglich und deswegen kannst du nicht auf alle irgendwie eingehen. Und deswegen bin, denke ich mal, dass die Frauen dann dementsprechend auswählen. Vielleicht geht es dann nach Profilfoto erstmal, dass sie da aussieben und sagen, okay, das ist schon so eher mein Typ und das vielleicht nicht oder ich habe keine Ahnung. Für mich wäre es, wie gesagt, alles nichts hier. Und das liegt vielleicht auch darin, dass der Typus Mann so, den ich bevorzuge, auf solchen Plattformen in der Regel nicht anzutreffen ist. Das kann sein, weil die Männer, die ich so bevorzuge, die, ja, schwirren irgendwo anders rum, sage ich es mal so. Und man hat tatsächlich den Eindruck, dass die Männer wirklich sehr bedürftig sind oder dass die einfach so sagen, ach, ich versuche es jetzt einfach bei jeder, egal, die sich da registriert, mir wurscht. Und so nach dem Motto, irgendeine wird sich dann schon für mich interessieren. Also das ist ja dann auch schon, naja, klingt ein bisschen verzweifelt, sagen wir es mal so. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir es einfacher haben, da deswegen jetzt eher einen Partner zu bekommen oder man will ja einen vernünftigen haben, einen vernünftigen Partner. Und wenn das schon von der Optik her nicht passt oder wenn sie kein Profilbild drin haben, dann haben sie ein Profilfoto mit einer Sonnenbrille. Das, wie gesagt, sagt ja schon, naja, sehr viel aus. Und also über die Persönlichkeit. Und dann sind, wenn Männer einen anschreiben mit einem sehr großen Altersunterschied, die auch in ihrem Alter nicht mehr wirklich, ja, attraktiv sind, die dann schon praktisch ja Familie und dies und das alles haben. Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt eine Frau wärst mit um die 20 und du möchtest vielleicht einen Partner haben, mit dem du dir noch was aufbaust, da kommt sowas natürlich überhaupt nicht in Frage. Also jemand, der 20 Jahre älter ist als du. Und das ist schon ziemlich krass. Also gut, das war aber früher auch schon so. Das ist nicht, dass das sich in den letzten 20 Jahren irgendwo geändert hat diesbezüglich. Aber, naja, ich verstehe das dann mittlerweile auch besser, warum Männer dann behaupten, sie hätten beim Online-Dating keinen Erfolg. Ja, wie denn auch? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das Verhältnis hier ist, ob man das irgendwo sehen kann, ob es mehr Männer oder mehr Frauen hier gibt. Also ich könnte mir vorstellen, deutlich mehr Männer. Und ja, aber dass das jetzt, wie ich schon mal vorhin gesagt habe, einfacher ist, sich da einen auszusuchen, nein, definitiv ist das nicht der Fall. Weil du hast da eben so, ich meine, Männer, die so ein bisschen was auf sich halten und die einen gewissen Selbstwert haben, die haben auch alle einen gewissen Geschmack. Da braucht mir auch keiner was anderes erzählen. Wenn die denn jetzt von, sage ich mal, zehn Frauen angeschrieben werden, braucht mir doch von denen auch keiner erzählen, dass sie einfach die nächstbeste nehmen. Oder dass die sagen, naja, ihr hört dieses Plop schon die ganze Zeit, es kommen immer weitere Nachrichten rein. Deswegen muss ich das Profil dann auch löschen oder ich behalte es noch für ein, zwei Tage, um zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und dann nochmal so für mein persönliches Fazit nochmal einen kompletten Abschluss zu finden. Aber ich kann jetzt schon sagen, es ist einfach sowas von, also ich muss es ehrlich sagen, mich überfordert das ganz schön. Und, ja, dass die Männer das anscheinend nicht so interessiert, auch wenn da drinsteht, im Profil öffentlich einsehbar, dass man nicht auf der Suche ist. Es scheinen auch die wenigsten zu interessieren. Und, ja, sich da was Vernünftiges auszusieben, da muss man sich mal vorstellen, durch was eine Frau erstmal gehen muss, alles. Und deswegen werden wahrscheinlich von vielen Frauen auch die meisten Männer erstmal unter Generalverdacht gestellt. Weil, überleg mal, wie langweilig und ätzend das ist. Und das zieht sich aber auch ins reale Leben. Wenn du dann immer angesprochen wirst und angequatscht wirst. Ich habe das schon früher, ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, gehasst immer dieses Angequatsche, wenn ich gerade was zu tun habe oder was machen will. Weil dann nervt es dann halt immer so. Also selbst wenn es ein sehr attraktiver Mann ist, das interessiert mich nicht, wenn ich beschäftigt bin und meinen Kram machen will. Etwas anderes ist es ja wohl, wenn man in eine Bar geht oder in einen Café und dort wird man angesprochen. Weil meistens ist es ja so, wenn man dann dort ist, dann sucht man ja auch irgendwo Kontakt oder irgendwie sowas. Oder wenn man irgendwo an irgendwelchen Spots ist, wo man weggeht und wo man Leute trifft, dass man da angesprochen wird. Das ist ja noch irgendwo nachvollziehbar. Und okay. Aber wenn man sieht, eine Frau hat gerade wirklich was zu tun oder ist am Machen, dass man die dann so voll labert oder anquatscht oder so. Das ist nervig. Also für mich ist es das. Es kann auch sein, es klingt jetzt vielleicht auch arrogant, man ist es gewöhnt irgendwo. Und die Männer, die das nicht gewöhnt sind, weil die nicht angesprochen werden oder sonst was, ja, für die ist das natürlich ein mega Highlight. Ich kann das nachvollziehen. Aber dann muss man halt auch, nein, es kommt jetzt nicht darauf, die arme Frau, oh, sie ist das Opfer. Über was beschwert die sich denn? Ich kann euch sagen, über was man sich beschwert. Es ist halt einfach dieses, die, die dich anschreiben, du schreibst halt einfach zurück. Du kommst ins Gespräch und du stellst fest, die Gespräche sind überwiegend extrem langweilig. Ich bin halt auch einer dieser Frauen. Ich schaue halt einfach keinen Fernsehen. Mich interessiert nicht, wer das Dschungelcamp oder DSDS gewonnen hat. Und diese ganzen Sachen interessieren mich eben einfach nicht. Und deswegen weiß ich auch nicht, was aktuell so gerade im Mainstream so los ist. Ich höre auch kein Radio und gar nichts. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und wenn dann halt diese Leute dich dann anschreiben, diese Leute, also die Männer dann anschreiben und kommen dann auf diese Themen, dann weiß ich da auch nichts mit anzufangen. Und das sagt mir dann halt, okay, das ist ein Mann, der nicht in meiner Bubble irgendwo ist und der surft irgendwo auf einer ganz anderen Welle als ich. Dann passt es halt eben auch einfach irgendwie nicht. Also ich habe da Ansprüche, insbesondere was die Intelligenz angeht. Und das ist es ja, die meisten sehr intelligenten Männer sind in der Regel nicht auf diesen Plattformen zu finden. Und ich hatte, wie gesagt, Glück mit meinen. Aber das war jetzt auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, Mensch, auch wenn ich gesagt habe, man müsste echt mal ein Profil machen mit ganz anderen Angaben, ob es sich dann genauso verhalten würde, würde mich mal interessieren. Oder ob ein ganz anderer Schlag Mensch oder Mann dann kommt und kontaktiert ein. Und dann kam mir vorhin noch die Idee, wie wäre es, wenn ich, da müsste ich ihn mal fragen, meinen Freund mal frage, ob ich in seinem Namen mit einem Foto von ihm ein Profil mal erstellen darf und das ausfüllen darf, ob der überhaupt auch angeschrieben werden würde von Frauen. So, obwohl, ne, auch mit einem richtig guten Foto. Ich meine, ich mache die Fotos. Klar sind die gut. Aber das würde mich mal interessieren, ob das vielleicht noch aus der Warte, ob das dasselbe wäre oder anders. Mein Freund hat mir gesagt, wo er damals auch Single gewesen ist, er hatte immer mal Frauen, die ihn angeschrieben haben und so weiter. Und er kommt auch so eigentlich ganz gut an bei Frauen immer. Aber das würde mich mal interessieren. Aber jetzt habe ich heute das mal hier ausprobiert. Und ja, es ist mir tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Und ich verstehe auch besser, was die Red Pill dann meint. Ja, die Frauen haben es leicht. Die können sich ja jeden aussuchen. Aber ob man jeden will, das ist wieder was anderes. Und jetzt kommt hier wieder das zu tragen, dieses, ja, die Frauen suchen sich dann nur die 10 Prozent der attraktivsten Männer aus. Die Männer, die mich hier kontaktieren, das heißt doch nicht, dass sie unattraktiv sind für andere oder bei anderen Frauen nicht ankommen. Aber ich habe halt tatsächlich einen sehr exklusiven Geschmack, kann man so dazu sagen. Und für mich persönlich absolut gar nichts. Also jetzt von den Profilbildern, also von den Bildern rein betrachtet. Und das haben mir Männer Bilder von sich geschickt, ja, durchtrainiert mit Tattoos. Und mir sind Tattoos völlig egal. Ich stehe da jetzt auch nicht so drauf. Ja, Muckis gehabt, dies und das. Und auch ein augenscheinliches, also wenn man das jetzt nach allgemein Attraktivitätsstandard bewerten würde, waren da Männer dabei, die im Durchschnitt wirklich als sehr attraktiv auch gelten oder als gut aussehend. Es ist aber trotzdem nicht mein Geschmack. Und das ist halt das, ne? Also ich habe da, ja, ich hatte es ja schon mal erzählt, ne? Da bin ich ein bisschen ganz anders gepolt. Und ja, das heißt aber nicht, dass diese Männer keine Chancen hätten oder irgendwie sowas. Aber ich denke, ich würde sagen, wenn die Männer sich immer so, 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 ja, so anbieten, so die ganze Zeit, dann werden Frauen auf Dauer natürlich gelangweilt. Und ich kann mir ja gut vorstellen, das machen die ja nicht nur bei mir, das machen die ja bei den zigtausend anderen Frauen, die da unterwegs sind, sicherlich auch. Und wenn das alle Frauen so kennen und gewöhnt sind, dann, na klar, hinterlässt das irgendwo immer einen faden Beigeschmack. Und das kann so auf diese Art und Weise nicht funktionieren, wenn diese ganzen bedürftigen Männer die ganzen Frauen anschreiben und kontaktieren und die Frauen dann zugespampt werden und irgendwann sagt sich die Frau, mein Gott, nee, das hat nichts damit zu tun, dass man sonderlich wählerisch ist, also nur halt ganz andere Ansprüche hat. Ich weiß noch damals, wo ich mich mit meinem damaligen Freund getrennt hatte und ich war auf der Arbeit bei einem Kollegen, der, also mein Vorgesetzter, der auch was von mir wollte, was ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und da habe ich nur gesagt, ich verstehe das doch gar nicht, ich habe doch gar keine hohen Ansprüche, was ich auch tatsächlich nicht habe. Da sagte der zu mir, du hast doch keine hohen Ansprüche, du hast nur ganz andere Ansprüche als andere. Ja, so ist das und ja, man sagt immer, jeder topft seinen Deckel, aber ob das tatsächlich so ist, weiß ich jetzt. Es kommt immer darauf an, was jeder sucht, aber ich mache jetzt hier für heute auch Schluss. Es ist mir tatsächlich wirklich ein bisschen zu anstrengend. Das Profil lösche ich dann wieder und ja, fürs Fazit kann ich nur sagen, also wenn das damit gemeint ist, dass es Frauen leichter haben, kann ich nur sagen, nee, es ist meiner Meinung nach eher ein bisschen schwieriger, weil du musst dich erstmal durch so viel durchwählen, du sammelst so viel Erfahrung dann dementsprechend mit den unterschiedlichen Männern, dass der nächste potenziell gute Typ, der in dein Leben kommt und zu dem du dich auch angezogen fühlst, dass der erstmal Startschwierigkeiten hat. Das ist das Problem halt. Da könnte man den Frauen auch sagen, seid ein bisschen lockerer und seid ein bisschen offener. Und ja, weil der Typ, der vielleicht zu dir passen würde, der ist wahrscheinlich auch einer von diesen hier, die hier in den Nachrichten sind. Weiß man ja nicht, wie sich das dann letztendlich entwickelt. Was ich attraktiv finde, müssen andere nicht attraktiv finden und umgekehrt. Also von daher ist das alles Ansichtssache. Aber dann würde ich mal sagen, Schluss für heute und bis zum nächsten Video.